Die Nikon D750 ist eine Spiegelreflexkamera mit einem Vollformatsensor mit 24 Megapixel. Wichtigste Ausstattungsmerkmale der Kamera sind einmal der Klappmonitor, der sowohl in die Waagerechte als auch so geklappt werden kann, dass man mit der Kamera über Kopf arbeiten kann. Dann ist die Kamera ausgestattet mit einem WLAN oder Wi-Fi-Modul. Ganz wichtiger Punkt, 51 Autofokusfelder für sehr schnellen Autofokus. Sehr viele verschiedene Autofokus-Varianten, die ich einstellen kann. Natürlich wieder Autofokus Single, Autofokus Continuous plus die verschiedenen Varianten. Unter anderem eine neue Variante mit Autofokus-Hilfsfeldern um den zentralen Punkt herum, sodass ich hier die Möglichkeit habe, wirklich sehr individuelle Autofokus-Einstellungen vorzunehmen. Natürlich wieder alle wichtigen Belichtungsprogramme, PASM, dann Effektprogramme, individuelle Einstellungen und Motivprogramme. Und dazu dann natürlich auch wieder die Möglichkeit, Videos aufzunehmen. Mit an Bord ist ein eingebauter Blitz, den ich einmal auf Knopfdruck hier ausfahren kann. Zu den Videomöglichkeiten der Kamera möchte ich einmal in das Menü gehen und einmal hier im Menü zeigen, welche Videomöglichkeiten ich bei der Kamera habe. Ich gehe jetzt hier einmal auf die eigene Videofunktion drauf und wenn ich dann hier sage, Bildgröße, Bildrate, sieht man, ich habe in der vollen HD-Auflösung 60p, 50p, 30, 25 und 24p. Also wirklich alle wichtigen Videofunktionen oder alle Videoeinstellungen, die es gibt. Das Einzige, was der eine oder andere vermissen mag, ist die Möglichkeit, 4K-Videos aufzunehmen. Das ist mit der D750 nicht möglich. Ansonsten bietet die Kamera sehr viele Einstellmöglichkeiten hinsichtlich der Bildgestaltung. Noch eine Besonderheit in der Videofunktion, ich habe die Möglichkeit, über die beiden Tasten, die hier auf der Vorderseite sind, die Kamera so zu programmieren, dass ich die Blende während der Aufnahme elektrisch verstellen kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, eine Blendenfahrt zu machen und kann über die beiden Tasten, zum Beispiel eben von der Blende 2,8 bis zu einer Blende 16 elektronisch hochfahren. Die ISO-Empfindlichkeit wird dabei automatisch angepasst, sodass ich ein relativ gleichmäßiges Bild habe, bei dem sich die Schärfentiefe oder Tiefenschärfe dann eben entsprechend verändert. Natürlich habe ich wieder eine Live-View-Funktion, die hier unten einmal aufgerufen werden kann. Ich habe hier den Autofokus-Verfolgung, die Möglichkeit, Autofokus-Verfolgung zu machen. Ich habe wieder über die Info-Taste die Möglichkeit, mir die verschiedenen Parameter anzeigen zu lassen. Und natürlich von der Einstellung her wieder, wenn ich hier jetzt einmal auf die ISO-Empfindlichkeit drücke, die Möglichkeit, über das vordere und hintere Drehrad die verschiedenen Einstellungen zu machen. Genauso wie das dann eben möglich ist, wenn ich hier einmal vorne auf die Autofokus-Taste drauf drücke, dann habe ich sowohl die AF-Messfeldsteuerung, Entschuldigung, jetzt drücke ich noch einen anderen Knopf, dann habe ich die AF-Messfeldsteuerung hier einmal mit den verschiedenen Varianten und hier hinten über das zweite Drehrad dann die verschiedenen Fokus-Varianten. Die D750 positioniert sich oberhalb der D610, die mit dem ähnlichen oder gleichen Sensor auch 24 Megapixel Vollformat ausgestattet ist, aber etwas weniger Funktionen hat, weniger Autofokus-Messfelder, keinen Klappmonitor, also von daher etwas weniger Ausstattung hat als die 750D. Hier fehlt zum Beispiel auch die Videofunktion mit 60P und unterhalb der Nikon D810, die mit einem 36 Megapixel Vollformat Sensor ausgestattet ist. Hinsichtlich der Bildqualität liegt sie auf dem gleichen Niveau wie die D610, da gibt es im Sichttest keine nennenswerten Unterschiede, das heißt, das bewegt sich auf einem Niveau gutes High-ISO-Verhalten, das heißt also auch wenn wir in die höheren ISO-Bereiche reingehen, kriegen wir da sehr rauschfreie Bilder. Apropos ISO-Empfindlichkeit, auch dazu vielleicht noch mal kurz einmal gezeigt, die ISO-Empfindlichkeit der Kamera geht hoch bis zu High 2, der normale Bereich endet da bei 12.800, das heißt, wir haben einmal im High 1 25.600 und im High 2 51.200 als höchste ISO-Einstellung. Ansonsten sind alle wichtigen Sachen dran, wir haben natürlich wieder eine Serienbildfunktion, die mit gut sechs Bildern pro Sekunde in der schnellsten Variante arbeitet. Auf der Seite der Kamera haben wir dann die verschiedenen Anschlüsse, wichtig für die Videoleute einmal einen Mikrofon- und Kopfhöreranschluss und natürlich einen HDMI-Anschluss, der das Bild live überträgt, also einen Live-HDMI-Anschluss. Auf der anderen Seite der Kamera befinden sich die beiden SD-Karten-Einschübe, das heißt also auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, mit zwei SD-Karten zu arbeiten und die unterschiedlich im Menü zu konfigurieren. Bedienung der Kamera, wie bei Nikon gewohnt, einmal hier hinten das eine Drehrad, mit dem wir verschiedene Einstellungen machen können und dann das zweite Drehrad hier vorne am Griff, so dass wir mit diesen beiden Drehrädern im Prinzip alle wichtigen Einstellungen machen können, je nachdem wie die Kamera konfiguriert und wie die Kamera dann eben entsprechend eingestellt ist. Menüs hatte ich eben schon gezeigt, aber trotzdem da nochmal einen kleinen Blick drauf. Menüs sehen aus wie üblich bei Nikon, das heißt wer schon mit einer Nikon-Kamera arbeitet, wird hier genau die gleichen Menüpunkte sehen, wie er sie von seinen anderen Kameras kennt. Ich gehe hier einmal ganz schnell durch, dann sieht man, dass die ähnlich aufgebaut sind. Auch hier natürlich wieder die Individualfunktionen mit den wichtigsten Einstellungen, sowohl für Autofokus als eben auch für die verschiedenen Belichtungsparameter und so weiter. Also von daher ist die Kamera mit allen wichtigen Funktionen ausgestattet und richtet sich auf jeden Fall auch an den Profi, der mit einer Vollformat-Kamera arbeiten möchte. Das ist die Nikon D750, eine Spiegelreflexkamera mit einem 24 Megapixel-Vollformat-Sensor und 51 Autofokus-Messfeldern.